AHA! Outplay! Outplay! Spaß man! Nein, ok! Jo Leute, das ist mein erstes Let's Play von League of Legends und ich bin hiermit... Komm schon, sag deinen Namen, sag Hallo! Lexi, Hallihallo! Ok, so. Ich spiel Riven Mitte und er spielt die Sin, Jungle und... Joa, einfach mal gucken wie es wird, ne? Jo. So. Jo. Lalalala! Ich schaffe das nicht, das sieht doch richtig aus. Es wird gar nicht was, fast in der Mitte. Sad, ne? Hm, wahrscheinlich. Das wird witzig. Jo. 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 Jo do Jo Jo! Jo. Jo! Das ist verletzt, dass man jetzt immer warten muss, ne? Aber man kann ja dabei schon kaufen oder nicht? Naja. Achso. Das meinst du? Aber du kommst ja ja nicht raus. Wir fangen Red an, ne? Move, 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 move. Wollen wir in den Van, oder? Können wir probieren. Hättest du mit drauf gehauen, ne? Mhm, hättest du gekriegt aus vorn. Okay. Okay, lassen wir doch wieder. Ja. 30 Sekunden bis ein Minions-Sporn. What? Was hat mich getroffen? Minions haben gespawnt. Oh. Schakus Support? Jaja. The fuck? Oh, Timo-Elect. Ich glaub ich noch nie gesehen. Hä? Ne, Schakus Support nicht, aber Timo-Elect drum. Das kann ja wieder nur ein gutes Game werden. Timo-Elect. Botlane-Feeded wahrscheinlich. Good job, man. Oh, ich komm mal. Kann ich gehen gehen? Nope. Guck, guck, guck. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Goddammit. Dein Last ist verpackt. Das war scheiße, dass der Tower nicht getroffen hat. Das war scheiße, dass der Tower nicht getroffen hat. Diese No. Das war scheiße. Was sind inaprès also Jeff? Ich bin auf mir. Diese Dutch ist von mir, all in the script. Oh my, wha? Okay. Oh, diese Dutch. Oh my god, was, was ist zur Hölle? Was ist die da unten? Wieso rennen sie jetzt gleich in den Tower rein? Die Luft. Oh my god. Oh, diese Top-Lane. Oh my god, waa. Uh, ist da ja noch gepinkt. Hätte ich vielleicht auch Möfkel ansonsten sollen, bis du mitgemistest. Geil. No need. Oh my god, waa. Oh my god, waa. Oh my god, waa. Oh my god, komm mal. Oh my god. Okay. Ich wollt gerade hochkommen, ne? Ich hätt mal ne Sekunde gebraucht, hürsten. Hab ich denn? Da bin ich ja extra. Hab ich ja cute. Oh nein, das gibt's nicht, ne? Ein Out da hinten. Ein Out da hinten. Oh, egal. Neun. Ge weg. Jetzt fangen gleich die Ribbon-Plays an. Oh my god. Oh shit. Oh my god. Oh shit. Das ist noch nicht Level 6 von da. Woah. Entgegenzukommen. Ich will nicht entgegenzukommen. Ja. Wow. Knapp. Ich glaub, er müsste sein Red Up haben, wenn ich kann. Äh. Ne. Oh. Hat er schon gemacht dann. Ja. 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 Stresst du, ne? Schaffst du das noch unten? Täuscht mal so, als wenn ich nicht wegkomme. Krass. Krass. Ruff da. Jop. Jo. Go go. Jo. Wane? Nein. Oh. Ich hab multi gekriegt. Ja. Alles meins. Pass auf, der hat muss, der hat muss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I'm out. Nein. Schade. Oh mein Gott. Das war letzte Sekunde. Ey, wenn die kein Fiddlesticks hat, ne? Ich würde da irgendwie noch mal reingehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtig schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil 2-1, auf geht's. Ich mach ihn auf Pusher-Vane mit der Tag-Speed, ne? Was mach ihn? Vane sag ich schon. Äh, ich spür auf der Tag-Speed mit dem Pusher, ne? Okay. Hast du gesehen ja? Hm? Hast du gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Out play. Out play. oh mein gott sie hat ihre ulti sonst wäre sie jetzt nicht wusste oh shit das war zu nah das war zu nah nein oh mein gott wie schlecht ich glaubs nicht need more vision banged die 4-2 ist aber die einzige die an der maßung besteht oh mein gott wo war es ist komm jetzt komm jetzt komm jetzt geht was geht das war jetzt ein bisschen doof aber bei einer verbiest unter dir so müssen wir hier gott damit Nein Jo, kann's aufhören Nein Nein Was? Wow. es geht mal mit dem das war so als geister Null Damage noch. Ich komm bitte. Oh leu, ich bin zu pinghaft gerade. Hast du ein Wort? Oder soll ich setzen? Ja. Ah, sehe ich hier oben bei den Grollhams? Ne, sehe ich da oben. Leu. Kriegst du sie, oder soll ich mit nach oben kommen? Ich komm, ich gehe, ich mache Leine. Ich hab du auf deiner Leine. Komm da! Nein! Nein! Ich komm mit dir, nein. Ich komm mit dir, nein. Nein, der ist eh gerade weg, der hat auch keine Ulte mehr. Jetzt gewinne ich gegen ihn locker. Guck mal her. Jo, ich komme. Keine Ulte, kein Ulte. Keine Ulte. Ich muss ja mal in 3 Sekunden. Pass auf. Oh mein Gott. Meine Maus! Was? Oh, zum Glück. Was ist denn mit deiner Maus? Ich hab ihn mit meiner Maus nicht angeklickt. Ich bin zu ihm gedasht. War direkt nie. Aber er hat mich angeklickt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jaaaa. Krass. Push that motherfucker. Obwohl, wenn ich cool bin, mach ich mit dem Double Kill, oder? Weil du cool bist. Oh, du wirst nicht cool bist. Ja. Neee. Es ist nicht cool. Wieso? Das ist Chance auf Tripper. Aber... Neee. Oh mein Gott. Ich hab schon wieder so einen ultra hohen Ping, ne. So ein Nerven. Das letzte war ich ja grad irgendwo. Ich hab schon wieder so einen ultra hohen Ping, ne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn du dich führen lässt, dann geh ich mit rein. Nee. Ha ha ha. Ich hab unter den.. Das letzte Wort, oder was du willst? Ich hab keins. Ich hab hinter uns. die wehen wie wehen Hey, ich hab wieder ganz am Anfang gestumpt Alter, die Vayne hat richtig reingehaut Ich hab vergessen meine Leipz hineinzusetzen Das ist ja hart Oh mein Gott Ah, fang Oh Gott, das Reaktionsformeln von Timo, ne? Das Reaktionsformeln Bleib da einfach still Timo, du bist unsichtbar Oh mein Gott Oh mein Gott Checkt er seine eigene Passive nicht oder was? Ah, was ist dein Ernst? Oh mein Gott Go, go Team Oh mein Gott Oh mein Gott Ich will nicht mehr zurückgehen hier Äh Kaufen wir mal so ein bisschen Power-Wars mit Ich glaub wir sind nicht die einzigen Ja, mit Breite mit, ja Aber der kommt noch, der kommt noch Oh mein Gott Ich bin nicht geschnitten Ich bin nicht geschnitten Jo Drei sind oben, ne? Was für den Viertel jetzt hier, alter Oh, vier Leute da Oh mein Gott Egal, einfach mal gut Oh mein Gott 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 Der kommt ernsthaft weg? Oh mein Gott, ich bin so am Arsch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, outplayed Jetzt kommt Bane von hinten Niemals Jetzt kommt schon Eh man, die kommt nicht Ich hab... Ich hab Angst gekriegt Gangplank kommt von rechts Ahahaha The fuck? Niemals Niemals Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wie geil Oh mein Gott Outplayed Outplayed Mann, bin ich geil Holy shit Okay, text beat Give me a text beat Annemals Okay Okay Ahh... Ich hab mich nicht Hier Hier Ich hab mich Oh Gott, wie du mit einem Schlämmchen Das ist hier top, ne? Das ist hier. Oh Gott, der Damage von ihm. Ich komme hoch, aber ich brauche ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Na, die sindee weg. Naja, wir müssen nil aufzulnen Aha, ne da kamen Sie da auch noch. Ne! Ne. Oh mein Gott, Mann, wenn das nicht wäre, dann hätten wir dich auch sehen müssen. Ja, wenn das nicht wäre, dann hätten wir dich auch sehen müssen. Ah, das ist der Wrong-Water. Gank könnten die zwei nicht. Mein Gott, das ist ein Schacko. Oh mein Gott! Wir haben gar keine AP wahr? Doch. Ja, Phil ist aber nur Supporter. Der wird jetzt nicht so den High-End-Damage machen. Hat gut können. Hat sich zwei Tipps aus dem Stab geholt, aber... Wollen wir mal Dracking? Okay. ... ... Was ist jetzt hier? Ich bin noch nicht nachher. Oh, wirklich? ... Nee, oder? Ich honk Kannst in die Mitte kommen? Ich bin so ein Honk Immer noch Mitte, oder? Ja, ja Oh, nee, ich komm für den Na dann aber zackig Ja, ich hab' hier hab' ihn Wir können Ah, fuck, Mario Leute 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 What the fuck Ich bin rausgeflogen Man, wirklich? Warum lockt er sich nicht? Genau in dem Moment, ne? Ich bin rausgeflogen Oh, Leute, er hat ihn jetzt mal eingeschickt Toll, warum wäre ich nicht wiederbelebt? Oh Mann, ey, warum denn gerade jetzt? Im Moment war, ey Nein Oh, Leute Oh, geh in die Verte 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 Ich bin riesig größer Ehin Könnte Oh mein gott Ich globsche Ich Aha Die Diener Wie krass der denn mit Ich pushe tot Ja man trefft ihn nicht so Oh no, ich gehe zurück Oh no, ich gehe zurück Oh man, das ist so close Das ist gar nicht gelaufen Ich brauche hart Die Diener fallen sehr slow dazu Die Diener Die Diener Die Diener Die Diener Die Diener Oh fuck Aber drei sind unten Ich pushe Macht nicht ganz Drei unten, drei Tode Soll ich gut pushen Drei ist noch unten Einer ist weg Ne, drei noch da Auf Das ist weg Zwei 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 An enemy has been slain An enemy has been slain War nice, I think Is it a cup? No I'm surprised Or not No That's not normal No 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 Eh, do you make a burn? I think I don't I think they make a rake, yes There's still one There's still one Wow Yeah The damage from the people came Eh, off Your inhibitor has been destroyed Freu mich auf dich Boah, dieser Demo Is nicht normal, alter Ja Eh, man Ich dachte, weiss, Mama nicht Heff dich Und zum Gedenkstich Fass du Ich lege mit mir Alter, macht ihr überhaupt damage? Alter, 4-10, man Okay, du auch aber Alter, du meint Nee, nee Meine Luciana Du machst übrigens noch irgendwie ein bisschen damage, aber ehrlich Du machst übrigens noch irgendwie ein bisschen damage, aber ehrlich No Ah, GG Egal Und beim nächsten Mal spielen wir das nächste besser Genau Ich würd mal sagen, man sieht's beim nächsten Mal wahr Ich sag Chosen Und Cheap sagt Tschüss Yo Tänne 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 Ja Tänne Bis zum nächsten Mal.